Und da haben wir jetzt Zeit begrüßt. Willkommen zurück zum neuen Part Beldos GT3. Willkommen dann nochmal closer. Vielleicht können wir dann irgendwann... Ich will mir die Sachen finden, die wir nicht suchen wollten. Da drüben soll das Teufelsherz sein. Und hier ist ein... es verliegt sich gegen etwas versuchen. Es dauert immer sehr lange, bis das Gespräch auch wirklich begonnen wird. Ich muss erstmal noch laden. Oh. Oh. Was Burt's in England? Was geschieht? Oha! Das sieht gefährlich aus. Okay. Ach, das ist gar nicht so schlimm wie es aussah. Ähm. Zünden wir es mal an. Schade, dass die so weit hinten stehen. Aber die sind auf unserer Seite. Der ist fast am Arsch. Die sind alle wieder so schlecht. Der hat sich gerät das Gegenbein. Wir sollten uns vielleicht mal auf die Schatten konzentrieren. Da wo wir gerade vorstehen. So einer ist weg. Und der nächste Platz. Zu Karla. Hau da auf. Ach, der brauchst du gar nicht. Schaff's doch so. Haha. Wir sind zu low over level, glaube ich. Und dann kommt der Passkampf und dann merken wir, dass wir uns gehört haben. Das ist doch nicht so. Ich bin doch ziemlich schwach. Ich kriege einen Bewegungsrate. Okay. Das ist nicht gut. Am Fall können wir schießen oder nicht? So, Hennung braucht noch keiner. Dann würde ich mal sagen. Dann würde ich mal sagen. Das ist der Zerrechner. Ah, nicht der Bewegungsrate. Schade. Und die pathische Operation. Ich kenne dich dann weiterfahren. Wie kann ich dann wieder fallen? Wie kann es denn jetzt gehen?" Gut, ja. Dann wäre das so eine schutzweckung auf den Skeletten. Jetzt schließen wir die Löcher. Ah, ja. wenig Änderungsfüll, aber hat etwas gebracht. Sehr schön. Und das hier. Das wäre auf einmal... Ich weiß nicht, ob Schattenherz noch zu gut dastehen wird bei ihrer Herren, nachdem sie Blackane so besiegt hat. Oh je. Ich habe mir jetzt noch angegriffen. Oh, wenn der Sklitz tot. Oh, zack. Verdammt. So besiegt. Einatige Inspiration. Einatige Inspiration. Schattenherz. Freien ist man nicht rund. Ich habe das richtig gelesen, aber... Hier drüben spielt die Musik. Fühlt Spaß statt. Hübsch. Vorausschau. Sie sind immer der Ball. Nimm den Barsch. Na ja, ich sage mir gar keine Geertsfläche. Jetzt wieder die Beine füllen, Baby. Mit der Schneider. Wir ver consortieren. Unsere Schlafen sind netig. Der ist direkt vor dir... Aber schieße lieber drauf. Da ist das Geräusche. Das Geräusche ist nicht her. Das ist ja schön. Das ist ja schön. Und da kommen weitere Gegner. Das wäre unspaßig. Und nochmal. Einer brauchen noch keiner. Okay, ist noch nicht viel passiert. Hier steht noch einer. Die Räume da drüben schon mal auf. So, let's go. Und auf die Rübe. Das ist ja schön, ne? So macht man das. Ausgelöscht und Licht. Was passiert hier? Die ganzen Löcher hier. Und dann noch zwei von denen. Die Löcher beschwören halt immer wieder bei dem Monster hervor. Licht auf meinen Fuß. Deswegen sollten wir die mal. Nichts in unserem Interesse. Ach du Scheiße. Ähm. Jemand zu besiegen. Fehlschlag. Und der ist ja auch noch da. Ja. Ja, 105 km trotzdem hin. Heino werden wir später noch gebrauchen. Den habe ich gar nicht gesehen. Und da stand ja die ganze Zeit in der Ecke rum. Die sind nie aktiv angegriffen. Da können wir uns mal umgehen. Ich bin nicht klein. Okay. Eine Granitbank. Und jetzt hier braucht man ein bisschen Unterstützung. Nice. Das ist doch nicht schlecht. Ich kann dafür wieder aus. Sehr schön. Den Großen haben wir gleich. Nichts, was einen sorgen sollte. Wir sind schon gute Kämpfer. Wir sind schon gute Kämpfer. Die Löcher können auch noch gerne andere. Andere können uns da auch beschwören. Nichts, was einen Problem. Ich bin nicht nur. Wie ist das? Leutvertrag ist eine kleine Kämpfer. Was die andere Seiteナen für eine neue Kämpfer. Die muss man einfach haben. Zeit, um zu streiten. Äh... Halsches Leben. Schau das mal. Damit ich nicht so viel Schaden kassiere. Okay, ich schlag. Das ist schön. Taumaturgie. Okay. Ero von Avernus. Ja, komm. Oh, ich wollte gerade sagen, mach alle, aber... Jetzt mach alle. Okay, steht noch. Verdammt. Zu Schatten, jetzt gibt es die Ära. Sehr schön. Ich muss gehen. Ich habe noch keinen Schutz. Ach, diese Teleportierfiecher. Schussfang. Hat nicht so gut geklappt. Wow, was soll denn der Mist? So, Heilung auf mich selbst. So, Heilung auf mich selbst. Wahrscheinlich hat er jetzt keine gute Heilung. Hab ich gehört. Das ist gut. Ich habe noch keinen, Herr. Oh, genau den hier. sehr schön Schattenherz, die die nachschießt mit dem letzten genahmen Schuss Flocken und Dunk, das hat irgendwie noch nie geklappt wäre ich mal interessiert bin ich mal gespannt was da passiert ob wir da auch dann auf deren Seite kämpfen oder so falls es passiert ist, ist mir noch nicht aufgefallen diese Bogenschutz in meiner Fresse die müssen wir uns mal kümmern schon alles nervig sind die Löcher jetzt weg ok ich brauche Heilung ein Fehlschlag, fantastisch und nochmal verdammt verdammt mach alle sehr schön er stirbt und brennt das schild das schild ist sehr gut und das wird es gekauft haben jetzt Schattenherz dran boah diese Bogenschützen wir müssen nochmal hin arschnerfig schild ok bleib mal hier ich bin eventual Halo ich bin bereit schild ich werde schildern na komm verdammt verdammt ich bin ich bin nicht schlecht ich bin hier vielleicht fokus auf schildern ja toll Rettungswurf jetzt können wir die Bogenschützen wieder Unnötig nervig, glücklicher Pfeffer. Ja toll. Halleluja. Was zum... Ein Fehlschlag, natürlich. Was können wir hier machen? Weg. Die Bumfschützen schießen. An der Werd. Under their noses. Wir machen mal einen Sprint hier. Wir bauen dich hier draußen. Oh je. Sehr schön. Ich würde es dann nachschießen können. Und jetzt hier erstmal ein. Zum Wichtigsten. Und ich selbst. Und jetzt. So hier. Nahkampf. Mit 4 Schnapp. Na toll. Mach an. Sehr schön. Nicht schlecht. Natürlich auf Letze, dass es am schlechtsten geht. Wir haben noch eine Heilerin. Wollen wir die nicht eingesetzt. Noch zu belöten. Wenigstens ein bisschen Heilung. So gut es dann geht. Nicht schlecht. Wir haben schon wieder die Heilerin für einen Angriff benutzt. Ich lerne es nie. Ach du Scheiße. Und drauf hier. Verdammt. Das wird gut sein. Sehr schön. Und der eine steht hier noch. Kriegs unterbrochen. Ich habe noch nicht gesagt was. Sehr schön. Geschafft haben wir es. Wir sind nun. Können wir uns kurz. Bevor wir weitermachen. Ein langer Rast wird nicht sein. Oh. Oh du Scheiße. Wir haben doch die nächsten Kämpfer. Wie soll ich es riskieren? Erst mal plündern hier. Was ist das leer? Was ist das? Was ist das? Okay nicht möglich. Oh. Wir sind alle leer. Skandalös. Wir haben jetzt. Ach du Scheiße. Welter so. Ein langer Rast wird nicht sein. Ich speichere hier einmal. Na. Rast werden wir hier nicht hinkriegen. Das könnten wir trotzdem noch hinkriegen, aber uff, auf geht's, was haben wir zu verlieren. Ah, der Interloper. Und in einem Stück auch. Vielleicht können wir es aus ihm raus empfehlen. Schönes Gesichtstattoon. Du sollst befreit. Weiterhin nehme ich an, Zedrero, Sieva, hat mich geschickt. Sie glaubt, ihr lauft die Gefahr, euren Meister zu enttäuschen. Sie haben direkt vor eurer Nase gekämpft. Eure Hilfe wäre nützlich gewesen. Es war sehr mutig von euch, mich als gleichgesinnt zu sehen. Natürlich geboren und seltsam, dass jemand mir zu nehmen, angreifen. Ich bin in der Mitte einer großen Strategie. Aber du bist jetzt hier. Und ich kann diese Läden an arbeiten. Zedrero sagte, dass Capric verlangt, dass ihr ein Relikt sucht. Mehr weiß ich nicht. Ich kleide mich auf, so wie ihr euch hier verkriecht. Vielleicht euer Überleben. Du bist sicher, Badegeschichte, du bist sicher, dass du schon mal einen Bekannten Weitersack gelesen hast. Aber wo? Ich bin super cool, was du trouvést. Ich bin super cool, was du trouvést. Sehr schön. ist m ich erinnere mich an Geschichten über weiter zu dem Mönch ich muss sagen, die Legenden werden euch nicht gerecht ok ok braucht er meine Hilfe, was müsste ich tun ich brauche mehr Informationen, warum ist dieses Relikt so wichtig, wozu ist ist das gut gefällt mir, dass ihr mir schmeichelt, aber das ist nicht mein Problem ich will die Tieflinge retten und deswegen muss ich da muss ich ihn wahrscheinlich umbringen ein Beweis meine Stärke zu bringen überzeugen jetzt schaffen wir es auch mit überzeugen jetzt können wir es zerstören es macht den Kampf gegen ihn leichter der kommen wird denke ich möchte das Relikt selbst nutzen, nachdem ich euch losgeworden bin das ist nicht ein Problem es ist eine Möglichkeit und es ist nicht eine Wahl es ist eine Möglichkeit und es ist nicht eine Wahl entweder oder die die in der in der in der die Schmerz von Shahrs Hospitalität. Okay. Ich werde mal eben einen langen Rast machen. Und danach kommen wir wieder und Mezzanin zu bohren. So schwer ist er nicht. Ich werde mal kurz mit Schattenherz reden. Oh, noch nicht. 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 So oft er in den Kanz. Er meint vor, um abzuschlachten. Einiger weniger am Schattenreich. Da besteht wohl keine Frage, dass wir ihn am Schlachten und ihn am Leben lassen. Da hatte ich wohl keine Idee. Und danach holen wir uns das Teufels Herz. Positioniert euch. Überraschung. Das hat sich nicht nicht bemerkt. Es wird bald zurückgekehrt. Das habe ich gehofft. Oh, dein Frag. Ach du Scheiße. Wir sind in uns. Ähm, ich komme jetzt mal. Und die hier. Sehr schön. So. Wenn wir hier. Beschützt er sich. Ich hätte schon viel geschlagen. Na toll. Ja SO. Das geht. Schauen wir mal. Es wird mir live. Ja, ich komme. Ja, ich komme. Ja genau deswegen. Alah, guck mal nicht mal um die großen. Ich bin fast am Arsch. Natürlich freut er auf mich. Was auch sonst. Auf welchen Böden würde ich die Idee anzugreifen. Okay. Okay. Ich höre mal die Probleme aus. Das ist ja schön. Nicht so schön. Okay, er ist auch nicht. Wir müssen ihn auch mal ausschalten. Und da kommt ein neuer. Wir müssen ihn ausschalten und dann die anderen. Ja wir haben voll gespeichert. Durch die Länge hast du. Versuch es mal auf ihn hier. Verdammt. So viel zum Bosskampf. Und er steht noch. Er ist nicht mehr. Ach du Scheiße. Kala geht gleich drauf. Na komm. Ich habe mich gefragt, ob ich das passiert nur. Wenn ein Ende Tod ist. Ich konnte doch heilen. Massenheilung habe ich da drin. Oder nicht. Tod zu überleben. Und da wollte er wieder Beliebung. Ah, da drüben bin ich. Ich bin sehr gut. Ich habe noch nie. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Immerhin Wir müssen heute nicht sterben Okay Ich würde den Ding hier ausschalten Ach du Scheiße Der gemeint schlecht aus für uns Fleisch ist besiegt und noch nicht Fleisch ist noch nicht besiegt Genau noch am Boden liegt Ah, der nächste Tod Ja, das zieht übel aus Wir hätten uns so weiter So kommen müssen Das versuche ich schon länger Wenn ich mir das mal geschafft Okay, Hähnung kann ich nicht Das ist ein bisschen ungünstig Jetzt ist schon wieder zwei tot Selbst dann könnte er auch nicht mehr Das sieht, das wird nichts Warum ist denn der wieder regeneriert worden Das ist doch nicht wahr Das ist doch mal Oh, gosh. Hm. Mal schon so. Ach du heilige, das schaffen wir im Leben nicht mehr. Spiel vorbei, ach sehr schön, Lagerplatz, ok, wenn wir die nochmal angreifen, dann alle erstmal auf den Magier, ich glaube das ist eine gute Sache. Und ich werde das Schattenherz mal wieder für den Kampf zurückstellen, so leid es mir tun sie, ich brauche Gehen im Team, der kann Attappen, der kann was, wir brauchen seinen Feuerball. Das war aber auch nichts zu machen, dass wir es mit dem ersten Versuch schaffen. Nein, 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 nein. Nein. Frau von Sorrow. Du willst etwas? Wenn du sicher bist. Okay. Ich werde hier, wenn du wieder herausfinden kannst. Ich habe viel in meinem Kopf. Ich habe viel in meinem Kopf. Mit Freude. Lied auf! Stufe 6 Marien. Dann können wir so eine Kampf brauchen. Wie wäre es denn, wenn du das anführst? Einfach alleine rein und sich hoch springen. Das wäre eine Sache. Das wäre mal. Ich weiß nicht, ob das das bringt. Wenn wir den schon... Vor allem würde ich da noch nicht verschwenden. Ein Feuerpfeil. Wenn er das wieder... Nein, wenn er das wieder zurückgesetzt wird. Natürlich ist er als erstes dran. Weil wir den Überraschungsanglauf gestartet haben. Und G ist jetzt schon am Arsch. Natürlich. Was sonst? Ähm... Wir brauchen D. Anlauf D. Okay. Ist verständlich. Ey, sollten wir uns nicht um die Kleinen kümmern. Das ist nicht so ein Problem. Wir werden auch wieder nachregeneriert. Wir werden auch wieder nachregeneriert. Wir haben die Arbe hat. Wir haben die Arbe hat. Wir haben die Arbe hat. Begleitung. Unsicherheit gibt es hier nicht, aber... Das war nicht so gut. Ach du Scheiße. Was ist der bei... Bei Gale drüber... Nicht gut. Sieht auch jetzt schon wieder nicht so gut aus. Ach du heilige Scheiße. Dieser Kampf ist zu okay. Für uns. Ach du Scheiße, Gale, nein. Nein, nicht Gale. Ich kann nicht jetzt kämpfen, aber es ist aussichtslos. Wir tauchen wieder auf. Ein wenig Rückzug. Ich glaube es noch geht. Kann man Gale irgendwie wieder beleben? Nicht, wenn wir alle tot sind. Ich bin tot. Okay, ich bin tot. Oh, verdammt. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ist keiner jetzt dran? Ne, irgendwie nicht. Das war ein schneller Versuch. Ich bin tot. Ich bin tot. Ja. Das war... Ich bin tot. Ich kann mich gerade nicht nutzen. Verzweifelt der letzte Schlag. Nice fahren. Das war lustig. ich versuche mal was anderes das haben wir zu riskieren wird es nicht klappt wenn wir es noch mal versuchen wird man versuchen den Gäh da hinten zu platzieren dann wird sich das Kampfgebiet verschieben aber vielleicht wenn nur einer dort steht wenn wir uns alle dort hinstellen und denken dann wird es nur wird sich das Kampfgebiet verschieben ich muss das Kampfgebiet schützen wenn du sicher bist gut ich brauche einen Moment für die zwei von uns ich freue mich auf unsere Gespräche was braucht ihr? mit ich freue mich auf so 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 können wir Das war meine Idee. Soll ich mit Gehl mal hier rüberlatschen. Er kann sich hier mal befehl machen. Ich hoffe, das wird nicht zurückgesetzt. Ich habe aber nicht viel gemacht. Ah, natürlich. Gehl zuerst haben gewonnen, natürlich ist der auch dort. Ich wollte es nur versuchen. Ich wollte es nur. Auf jeden Fall, den Versuch war es wert. Okay. Das war sie. Wir haben die andere Hand. Mach dein Arbeit, Flesh. Können wir hier irgendwas... Nein, das Ding mit dem... Durchfolge wird nicht funktionieren. Der Feuerwehr ist auch nicht so effektiv, wie ich mir das wünsche. Schon effektiv, aber wenn der danach nochmal einsetzt, dann gehst du gleich am Boden. Okay. Vielleicht können wir den irgendwie... so down wie möglich. nicht schlecht. Eigentlich müssen wir alle auf den nachher angreifen. Wir konzentrieren uns auf die falschen Gegner. Und an der Ablenkung. Okay, der ist schon ziemlich da unten. Sehr schön. Nicht so schön. Ah, jetzt ist so ein Skel dort oben. Ah, verdammt. Wie dachtest du? Jetzt sind wir so aus dem Lüftnebel raus. Oh, ich bin tot. Das wird interessant, wenn wir das überleben. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. schon weit unten. Wir haben keine Heilung mehr. Okay, wird das nicht überleben. Nach dem Angriff können wir nicht. Und der Rest wird es nicht überleben. Okay, es wird Flasch... Okay, der wird wieder geheilt. Endet das Ganze, wenn wir ihn besiegt haben? Jetzt mal versuchen, mich hier lang zu schleichen. Ich werde natürlich gemetzert werden müssen. Wir machen einen Fernkampf am Griff. Es ist jetzt alle meine Hoffnung darauf, dass wir ihn jetzt kriegen. Krieg starten, ja toll. Toll des Weiteren. Hm. Hm. Sehr schön. Jetzt greift er die Wuris an. Noch leben war. Aber nicht mehr lange. Er macht sich unsichtbar, das ist nicht gut. Dann können wir ihn nicht angreifen. Dann greifen wir einen unsichtbaren an. Ah, hier ist er. Ah. Sehr schön, er ist tot. Jetzt müssen wir das nur noch überleben. Ich frage es wie. Vielleicht macht's Gäh am Ende. Und auch nicht. Ach du Scheiße. Mann sag doch, dass du siehst. Ich bin leid. Mach das dran, ich bin nie leid. Ich bin richtig. Ich bin leid. Als ich in der Fall war, Ich bin leid. Ah, fantastisch. Puh. Hey, das tut. Das ist nicht gut. Viel stark. Oh, kacke. Ich hoffe, das geht, das überlebt. Oh, der, äh, verdammt. Der hat vor, das überleben oder nicht. Wir sind geliefert. Aber der Versuch, wann er ist. Das hat ja nicht so viel gebraucht. Das war ein verdammt guter Versuch. Das ist so blöd, dass wir hier nur einen Angriff pro Versuch machen können. Wenn wir alle tot sind, dann ist das ganz blöd. Ah, verdammt. Es kommt eher nach oben. Der erste Einzige, der noch lebt. So viel dazu. Nice try. Wirklich sehr nice try. Das war... ...nicht schlecht. Das muss noch einen anderen Weg geben, außerdem... ...aus den abzuschlachten. Wirklich treten wir mal mit ihm. Der hat etwas von Obedien und so weiter geredet, dass man da so eine Aufgabe für uns hat. Ich kann mal die für ihn erledigen. ...und wir uns dafür nicht selber opfern müssen. Aber... ...ihr müsst schon sagen, das war echt... ...ja... ...weil das er waschen tut. Das war nicht übel. Die Taktik war auch, glaube ich, nicht die schlechteste. Eine Taktik wäre, um mit G da rein zu gehen und die anderen draußen zu lassen. Dann würden wir... ...würden wir die... ...die Lakaien hier nach draußen locken. Dann würden wir die Kampfe draußen stattfinden und... ...wir wären Zweikampf zwischen... ...aber G ist dazu noch nicht gut genug. Versuch mal so. Ich wünsche dir, dass du zurückkommst. ...meine Proposition zurückkommst. Verzeihung. Erbreche, Ressorten, gib mir etwas ab... ...was mir bei der Suche hilft. Suche, verdammt. Ach, du Scheiße. Bringt diese Bälle... ...und er wird kommen. Mein Bruder ist kein intellektuelles Powerhouse. Mein Bruder ist stark, loyal und punctual. Jaa... ...oder sollte ein Kampf gegen dich drehen. Erinnert die Bälle. Jaa... ...der ist stark. Moment, das... ...der ist euer Bruder. Und er weiß genau was genau macht ihr, während... ...ich da draußen kopf und krankeskiere. Beiden Sie, das ist euer Problem, wie ich meins. Jaa... ...der ist es. Jaa... ...mein Bruder, nicht geboren. Ach, du Scheiße. Mutter hat mich immer verletzt, um es zu mir. Er sagte, dass ich ihn verletzt, in der Bruder. Wenn du so glaubst, dass du so glaubst. Außerdem... ...wenn ich die Macht habe, habe ich ihn aus der Bruder und zurückgebracht. Er hat ihm einen neuen, besseren Körper gegeben. Achso, die Mutter war nicht so glücklich. Hast du deine Mutter zugestoßen? Das will ich gar nicht wissen. Meine Kreationen brauchen zu Ende. Nichts, dass es deine Probleme ist. Er hat mich verletzt. Er hat mich als junge, ein Leben langsamer. Jetzt hat er mich für immer. Kein Rest für dich noch, McCann. Du wirst mich verletzt, bis ich zufrieden bin. Fleisch bleibt hier, bis bald. Aber keine Angst, er hat sehr scharpe Hörer. Ich habe seine Hörer selbst. Jetzt, komm zu arbeiten! Die Glocke! Guggenbeschwerung! So, was ist jetzt unsere Quest? So lange würde ich es nicht machen. Dann können wir auch in dem anderen Spiel nicht weiter. Ich will noch mal reden. Okay, wir können nicht reden. Was wäre es, wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen würden? Wäre dann... Wäre er dann auf unserer Seite... Wäre dann Fleisch auf unserer Seite? Schöner Name für mein Bruder. Ich will nicht abbrechen. Ich will nach dem Bonus gucken. 30! Ich kann ja selbst mit dem Bonus nicht klappen. Was ist denn das für eine gute Tür? Zwei, vier, fünf... Dann schaffen wir uns jetzt eine 25 mit. Wenn wir uns selbst mal eine kritische schaffen. Okay, wie kriegen wir das auf? Wie kommen wir da lang? Muss man eine Prüfung für schaffen, oder? Ich fürchte, hier werden wir noch mal wieder kommen müssen. Ich würde gerne... Also, ich brauche das... Ich glaube, es ist ja zu klar noch. Können wir irgendwie von hinten da durch? Mit dieselbe Prüfung können wir vielleicht... Keine Ahnung, was wir mit der selben Prüfung machen sollten. Und hier müssen wir noch die Aufgaben erklären, die wir... für ihn machen. Opferschaden, da sollen wir irgendwas reinlegen. Und jetzt dann dadurch, dass wir... Das wäre ein... Das wäre ein Versuch wert. Dann kämen wir vielleicht weiter. Und... Ich würde mal sagen, die Zeit ist heute auch durchschauen gekommen. Wir spielen beim nächsten Mal weiter. Ich würde sagen, die Zeit wäre klar. Ja... Ich würde sagen, das wäre klar. weiterkommen schönes abschlussbild ja bis zum nächsten mal danke fürs zuschauen schau 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 Untertitelung des ZDF, 2020